Gute Rabauken, seid Sie bereit, ein bisschen viral zu gehen? Ein bisschen viral gehen hier. Aber heute richtig viral gehen. Wer möchte denn den ersten Film drehen? Ich würde gerne heute, wenn das okay wäre, ich würde gerne heute so einen wirklichen Film drehen. Aber später, nicht jetzt gleich. Okay. Ich muss reinkommen. Okay. Wo mit Regie, wo dann Julie in die Ecke kommen muss. Solche Fake-Dinge hatten wir auch schon. So Tür aufmachen und dann kommt wer rein und erzählt sowas. Ja genau, sowas. Ja machen wir mal. Aber das kam nie an. Ja genau, genau. Doch hat die Kamera immer verloren. Ja gut, okay. Okay passt, wo gehen wir hin? Ja wir geben uns erstmal Intro vorm Haus. Wir haben ja eh kein Geld, wir sind ja arm. Ja wir können alle Leute einzeln lauter machen. Und schon haben wir ihn verloren. Und wir gehen runter. Entschuldigung, ich hab... So eine Freche. Ich bin fast in der Tür erstecken blieben. Sind wir schon los? Also von mir ist kommen wir los. Gott ist das laut! Ich hab ein paar Mal, äh, Video kommt morgen. Hab ich schon gemacht. Jetzt haben wir aber gar kein Intro in der schönen Welt gedreht. Nein, in der schönen Welt. Die Leute wollen nicht die schöne Welt. Wir brauchen jetzt ihren Intro. Jeder kommt aus dem Ding raus und stellt sich vor. Alle nochmal rein. Nur auch eine kurze Vorstellung. Okay, okay. Drei, zwei, eins, Action! Ich bin Juli Spooks und wir retten die Welt. Nächster. Ich bin Divi und wir filmen ein paar Monster. Schön an der Kamera vorbeigelaufen. Nächster. Hey! Ich bin Kapuze-Wurm. Geilo, und ich bin auch dabei. Geil! Ja, aber es ist gar nicht. Ja, es ist ja auch erst Folge 1. Noch kennen die Leute uns ja eh nicht. Okay. Ähm, habt ihr ja schon alle Monster gesehen? Nein, glaub ich nicht. Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Also Monster. Das ist also das gruselige Gebäude. Wow. Ich hab viel darüber gehört. Was hast du denn gehört? Ich habe viel, da soll's drin spuken und schreie, hab ich gehört. Ich sag, ich schwör's, ich schreie. Richtig gut. Das war krass, das war krass. Ja. Am geilsten sind diese kleinen Schneckenmänner, die so laufen, als wenn die an so Fäden hängen würden. Die kann man schon so fahren. Die Puppenkitte. Ja, 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 ich find es gut, dass wir alle so nacheinander in Reihen gehen und nicht von Umwohnen springen. Das find ich gut. Ja, das haben wir jetzt von Arbeit so oft gemacht. Ja, das kostet aber auch Sauerstoff. Richtig. Ich bin was, ich bin zurückhaltend. Okay. Was sind das für Geräusche? Okay, Dibi, was suchen wir denn hier? Wir suchen einmal lieben, beziehungsweise unheimliche Wesen und damit meint es nicht uns. Hier sollt's, oh Gott, hier sollt's richtig spuken. Oh, los. Wer ist das, wer ist das? Ich, Mist gerade, Mist. Schlecker, oh, scheiße, Kapuze. Entschuldigen Sie, Kapuze, kannst du ein bisschen loslassen? Danke sehr. Ja, helf mich. Ich hab, war da wer? Kapuze. Ja, Kapuze, nein. Nein, Kapuze, du hängst an der Schnecke. Ich hab nix gemacht, lasst mich in Ruhe. Nein, die Schnecke hat dich die ganze Zeit gepackt. So ein Mopid. Doch. Nix wird, bis auf das erste Monster springt ich an. Watch me. Das war doch das erste Monster. Achso, dann hab ich ihn schon weggekickt. Oh. Hier haben wir keine guten Hände. Wow, diese Hallen. Warte mal. Was ist in diesen Hallen? Wie lang, wie lang wohl hier keiner gewesen ist, hä? Oh. Krass, oder? Cooler Schatz. Ja, ja, ja. Ich glaub, der kommt gut. Oh, ich hab ja was gefunden. Ein Bogen wird aufgebaut. Taschenlampe drauf. Oh, Schütt. Ihr müsst, wenn ihr sterben, müsst ihr die Kamera haben. Ich bin nett. Da. Wie ist die Kamera? Wie ist die Kamera? Kacke, wie ist die Kamera? Ich hab sie geworfen. Ich bin sie. Ich bin angetarfen. Ja, egal. Kann ich mich drauf? Kacke, hier führst du dich. Es ist schlecht! Scheiße! Lauf! 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 Tschuldi! Oh Scheiße! Wir haben sie abge... Nein! Rechts der Schnicken, Mann! Oh Gott! Oh Gott! Tschuldi, sag was! Wir haben die Schnicken drauf! Ich hab nur noch 9%, wir müssen... Wir müssen... Wir haben nur noch 9%, wir müssen... Aber was ist mit Darlow? Wir müssen aus einer Weiche schauen... Vielleicht... Du brauchst eine Schnicken noch hinter dir! Ja okay, ich helfe mal... Komm Kalken! Achtung! Zurück! Warte! Warte! Wir müssen nach links! Wir versuchen unsere Freunde zu retten! Gut, inzwischen schaut ein bisschen Dramatik... Oh! Die hat's überlebt! Ich schaue verrückt! Von Darlow? Warte! Tschuldi, 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 Tschuldi! Ja? Ja? Du schaust... Du kniesst dich vom Darlow hin... Du kniesst dich vom Darlow hin... Du kniesst dich vom Darlow hin... Oder Bibi, einer von euch! Ja? Ja, was denn? Du kniesst dich vom Darlow hin... Und dann drehst du dich langsam um... Und sagst, er ist tot! Ja? Das ist... Siehst du die Schnecken auch, Capuzzi? Ja, ich soll die auch, aber ich versuch... Nee, ich glaub, Tschuldi stirbt gerade! Halt drauf! Halt drauf! Das gibt Klicks! Oh krass! Tschuldi ist richtig am Arsch! Okay, ja, gut! Bisschen Dramatik... Oh Gott, ich sollte gar nicht gehen... Ähm... Scheiße! Das mach ich! Rechtslang... Soll ich... Nee, ich geh! Ich rette den Film, oder? Ja, aber rette ihn auch nicht! Ich mach einfach Outro in der Glocke! Ich geh wieder! Ich wechsle den FZ-Akku... Oh, 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 oh... Ich kann doch nicht ohne meine Freunde gehen! Was wär ich denn für eine Influencer? Aber dann müsste ich die Airgram mit du nicht teilen! Hehehehe! Er muss da durch! Soll wir gehen? Ich hab nur noch 1% Kamera! Ach so! Ja dann! Aber du siehst die Schnecke auch, oder? Ja, ich seh die! Okay! Okay! Ich hab Juni nicht! Okay, Juni wird gefressen! Oh, Film ist leer! Wir gehen, wir gehen! Hey, du siehst die Schnecke! Ah, hier ist sie! Hier ist die Schnecke von mir! Juni, wir müssen gehen, der Film ist voll! Woher müssen wir? Müssen wir hier durch? Okay, einfach zurück! Ey, hüpft nur, hüpft nur spinnen jetzt! Okay! Komm einfach, du springen! Oh Gott! Hilf mir! Ich schaff, ich komm nicht durch! Ich spring durch! Okay! Oh Gott! Der Schneckenmann ist auch... Oh Gott! Ich hab's geschafft! Okay! Am wichtigsten ist die Footage! Ja! Sie überleben das! Und die haben... Und die haben... Wegen Footage! Nee, nee, nee! Wo geht es hier raus? So passt! Ich komm hier! Hier, hier, hier! Ja, das sieht gut aus! Oh mein Gott! Wir haben es geschafft! Das sind fette Klicks! Du willst stolz auf uns sein! So sind wir auch noch von oben! Ariane, danke für 26 Monate! Von uns schickt uns ein bisschen ein E-Mail mit ihm! Nee, ja, danke für 6! Was? Marvin, danke für 9! Venga, danke für 102! Ey, ich würd jetzt doch gern ein Abo nehmen! Nichts! Du nicht mehr! Ey! Ich sag dir! Und vielleicht noch ein paar Likes! Wow! Oh yeah! Ein paar Abomenten! Ein paar Abomenten! Ein paar Abomenten! Ist es euch auch so, dass eure Eltern immer sagen... Ist der Subscriber wieviel Follower? Oh, der hat so viele Follower! Weil ich auf dem Laufband bin, Uwino! Das was? Ob unsere Eltern uns sagen, wieviel Follower wir haben? Ne, die Eltern sagen immer statt Subscriber, um wieviel Follower! Weißt du so! Uh! Ah! Okay! Gut! Dann... Ich hab's geschafft! Ich hab's jetzt fast alle da! Ja! Ich glaub... Ich glaub der Kartl... Der Kartl wird... Den rufen wir jetzt kurz den Notruf... Entschuldigung, rufst du bitte den Notruf an kurz, um den Kartl... Ich dachte, er hat nur geprankt für die Views! Okay, Juli, machen wir kurz... Habe ich meinen Tod gut gespielt? Kam das glaubwürdig rüber? Ey, das war voll... Das sah richtig echt aus wie du gestorben bist! War nicht schlecht, ich bin abgehauen direkt als die Spinne kam! Warte, hier ist was für dich! Ja, das hab ich mir gedacht! Wir abgesprochen! Ja, ja! Warte, die müssen mal... Die müssen mal einen Film machen! Zeig uns den Film gerade auf! Ich bin gespannt auf den Film! Ich hoffe, ihr habt noch ein gutes Ende gedreht! Das sind wir nicht auf der Startseite ineinander! Der kommt neben Platz! Ich bin Juli Spooks und wir retten die Welt! Ah, nicht schlecht! Ich bin Divi und wir filmen kein Monster! Schön, wenn der Kammer auf den Beigelaufen! Nächster! Hey! Ich bin Kapuzenwurm! Geilo und ich bin auch dabei! Das ist also das gruselige Gebäude! Was hast du denn gehört? Das ist... Ich habe viel... Da sollst du ihn spuken und schreie, hab ich gehört! Ich sag schwörst, ich schreie! Was ist das für Gemäuer? Divi, was suchen wir denn? Divi, was suchen wir denn? Wir suchen eine Marien, beziehungsweise unheimliche Wesen und damit manchmal nicht uns! Wer ist das? Wer ist das? Ich... Histrafist! Das hat Kapuzen gar nicht gesehen! Ich hab den nicht gesehen! Alles in Ordnung! Ich hab den nicht gesehen! Ich hab den nicht gesehen! Was ein epischer Kampf! Ich hab den nicht gesehen! Wie lange wurde hier keiner gewesen? Huuuuh! 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 Cuddy, ich bin drauf! Cuddy, wie fühlst du dich? Cuddy, wie fühlst du dich? Cuddy, wie fühlst du... Scheiße! Lauf, lauf, lauf! Lauf, lauf! Huuuuh! Tschuldi! Oh scheiße! Wir haben die abge... Nein, wir haben die... Rechts, der Schneckmann! Der Schneck... Oh Gott! Noch ein Schneck! Waaaaaah! Puuuuh! Tschuldi, sag was! Wir haben die Schnecken drauf! Wir versuchen unsere Freunde zu retten! Na? Dievi hat's überlebt! Ich werd verrückt! Krass! Judy ist richtiger Marsch! Okay, Judy! Ich hab die nicht gesehen! Die hab ich gemeldet! Die auch nicht gesehen! Ja? Ich hab... Ach, krass! Ich hab den aber auch nicht gesehen! Das heißt, wir sehen teilweise Monster nicht! Ey, warum... Warum bin ich so laut? Kann ich... Ja, das muss alles noch reguliert werden! Aber das ist... Also, der Sound ist nicht optimal! Okay, okay, okay! Das ist... Das bei Liesel finde ich den Sound echt gut! Ja, ja, ja! Okay, aber... 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 Wie viel müssen wir? 3000 Views, oder? Ja, es ist free! Es ist free! Ja, ja, ja! Es war ein krasser Streif! Haben wir schon geschlafen? Nee! Ich bin gerade am Bösen noch! Jetzt aber! Hey! Wie sagt man in der Influencer-Branche? Rise and grind schaffen, ne? Rise and grind! Shoppen wir was? Ja, oder? Äh... Ja, was denn? Oh, die Sachen sind günstiger geworden, übrigens! Eine Heilung? Ein paar Sachen haben sie günstiger geworden, übrigens! Und ein paar Sachen sind auch schon neu! Uh! Krass! Also, ich möchte... Ich brauche das hier! Okay! Den Gooball! Was holst du denn? Na klar! Da kann der Mikroband! Achso! Du kannst es wem an den Mund halten! Ja! Ich kann selber reden! Ich kann selber reden! Oder interviewen! Na ja, komm! Sollen wir nicht eine Toku drehen? Ja, dann... Okay! Du nimmst die Kamera, ja? Ich nehm die Kamera, du nimmst das Mikro! Okay! Ja! Okay! Aber du musst sagen! Also, ich... Ich halte nur raus! Du musst sagen, wann... Wann du interviewen? Ja, ich werd... Ich werd Juli gleich ne Frage stellen, um Divi! Okay! Okay! Vor der Glocke! Vor der Glocke! Geil, geil, geil! Okay, cool! Gut! Divi, du vor der Glocke! Juli! Achso! Ich halte euch gleich das Mikro hin und dann redet ihr! Ja, ganz einfach! Händ das ja! Oh mein Gott! Konfessionell! Okay! Also, ich zähl runter von drei und dann zehnmal drauf! Okay! Drei, zwei, eins! Und da sind wir auch schon wieder zurück! Der erste Tag war sehr ereignisreich! Was fandest du am besten? Oh, ich fand am besten, wie wir uns mit den Steckenmännern geprügelt haben! Das stimmt, das stimmt! Das haben wir sehr gut gemacht! Und Juli, was war dein Highlight? Mein Highlight war die Spinne, die Dalu zerfetzt hat! Das wollen wir gar nicht hören! Cut! Und weiter geht's! Das war echt magisch! Da war auch ein bisschen Dramatik dabei! Ne, war nicht gut! Rolle beibehalten! Servus! Gut, rein da! Let's go! Zum Glück, zum Glück finde ich die Spinne, er war nicht so schlimm in dem Spiel! Was? Ach stimmt, du hattest ja Probleme mit Spinnen! Ja, die Spinne hier ist kein Problem! Nur die Nisle kommt mit den Spinnen! Da hab ich eine Arachnophobie wohl! Du auch? Ne, ja doch! Aber ich dodge ja immer! Wenn irgendwer sagt Spinne, bin ich im Schiff! Ich werf mich einfach vor! Ich mag Spinnen! Da ist übrigens ein Laserhund! Okay, geht schon nicht mehr drauf! Mach! Zack! Laserhund! Oh Gott! Möchte, Herr Interviewer, möchtest... Ja, ja, ja! Okay, 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 film mich schnell! Okay, Film! Dramatische Szenen spielen sich ab! Es ist ein Laserhund, der ist hier draußen unterwegs! Ich frag ihn kurz, was er von der Lage hält! Ein Laserhund, was sagen sie denn zu dieser ganzen Misere, in der sie sich hier spinnen? Ja, du glaubst es! 건 Emáticas oder zu Asians?! Gib deine Aufnahme olla! Nimm die Kamera... Ach schon, sie hört mich zu! Ich glaub wir sind allein! Ja und du liegst! Ich wird da so gerne sehen! Ich hab die Kameraín gekriegen! Hatt bist mir die Kamera offengekriegenamorph torej! Ich hab die Kamera dann drin! Ja, ich hab die drüber! Ja, ich hab die drauf! Das ist die, du bist noch ewig lang vor dem Hund gestanden! Ich hab mich geradeится mir dran! Ja, er hat doch eh nichts gemacht! Ja, er geht rein. Alles war super. Haben Sie die Kamera? Ich hab das Mikrofon. Ich hab die Kamera. Ah, passt. Der Hund kommt. Wir dürfen auf jeden Fall nicht sterben. Wir schaffen das locker. Rechtsklick, Linksklick, Linksklick. Oh, 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 oh. Tivi, was ist passiert? Was ist passiert? Der Hund schießt da durch. Wir haben ein unheimliches Lasermonster. Ich glaub, du nimmst übrigens nicht auf. Das sind zwei Hunde, zwei Hunde. Die müssen reden. Oh, 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 oh. Zwei Hunde. Oh Gott. Mach zu! Tivi, mach zu! Tivi, mach zu! Oh Gott! Oh, sie hat's! Nice! Oh, was das für ein Film ist! Ich muss alleine losfliegen. Scheiße. Oh, ich... Das war ein sehr kurzer Film. Aber ein sehr spannender. Ich will... Okay, kann man in andere Richtungen filmen? Ähm... Q oder... Ne, was steht denn da? R, ja, R. R, R, R. Danke, danke. Hallo, Divi! Ey, Divi, gut gemacht. Gut gerettet. Gut gerettet. Gut gerettet. Gut gerettet. Dann sollen wir auch ein Lucky anfangen, ey. Ey, das war der beste Anfang, den man sich wünscht hat können. Kurz rein, kurz raus, kurz aus. Oh, eine Taschenlampe liegen noch hier drin. Oh. Oh, geil. Na gut, okay. Ja, hier liegen drei Stück. Nice. Da, und hier ist dein Nico noch. Sehr gut. Dann wirf mal die Kamera rein. Eine Taschenlampe konnte ich nicht mehr mitnehmen. Hast du eine? Ne, ne, ich hab meine weggeworfen fürs Mikro und für die Kamera, weil ich nicht wusste, ob die mitgenommen werden. Oh, das Mikro war wichtig. Jetzt wird der Film gebrannt. Ja, der Film war gespannt. Ich bin auch gespannt, weißt du was? Ich glaub die... Vor allem der Film ist voll geworden, das wundert mich so. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Der erste Tag war sehr ereignisreich. Was fandest du am besten? Oh, ich fand am besten, wie wir uns mit den Schneckenmännern geprügelt haben. Das stimmt, das stimmt. Das haben wir sehr gut gemacht. Und Julie, was war dein Highlight? Mein Highlight war die Spinne, die Dalu zerfetzt hat. Das wollen wir gar nicht hören. Cut und weiter geht's. Okay, geht schon nicht mit raus. Mach! Zack! Laserhund! Oh Gott! Herr Interviewer, möchten Sie was sagen? Ah! Ah! Oh shit! Okay, okay, okay. Film ich schnell. Ja, okay, ich film. Ja. Dramatische Szenen spielen sich ab. Es ist ein Laserhund, der ist hier draußen unterwegs. Ich frag ihn kurz, was er von der Lage hält. Äh, den Laserhund. Was sagen Sie denn zu dieser ganzen Misere? Ja, ich bin denn... Ah! 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 Rechtsklick? Linksklick? Linksklick? Oh! Tivi, was ist passiert? Was ist passiert? Ah! Ich hab das Lasermonster gefunden. Ich glaub, du nimmst übrigens nicht auf. Äh, doch, aber falsch rum. Äh, wie kann ich das anziehen? Wir sind Profis, Juli. Oh Gott. Deswegen ist der Film auch voll. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das für ein Film? Das war nicht so gut. Ich schmecke alles ab. Oh Gott, die am Anfang. Zwei Stück. Ja, aber 200. Oh Gott. Ich speichere, ich finde das ultra nice, dass du die Sachen abspeichern kannst. Und dass du die dann für spät... Ich finde, das ist eine geilste Sache, die es gibt, dieses Video abspeichern. Ja, das Zusammenschneiden ist auch echt witzig. Das ist immer, wenn aufgenommen wird, am Ende wird der Film rausgemacht. Wir müssen ja schlafen gehen. Du kannst die Videos wirklich speichern und die hast du noch einen Dashboard. Das ist super cool. Geil. Aber das mit dem Hunde war super nice. Geil. Letzter Tag. Ja, schaff mal locker. Ist free. Nur ein Intro reicht. Wir müssen hier nur am Anfang stehen, ja? Wer nimmt die Cam? Äh, weil ich... Äh, weil ich... Äh... Juli, das ist jetzt dein großer Tag. 200 Dollar. Äh, 200 Views müssen wir erspielen. Juli, er war immer anzähl, ne? Immer sagen, wenn du aufnimmst. Der Film ist... Sehr kurz, ja. Der Film ist kostenlos. Okay. So, ich... Ich filme euch hier. Ja. Ihr stellt euch vor und dann gehen wir rein. Ja. Moment. Es ist Zeit. Wir gehen wieder nach unten. Und wen haben wir heute dabei? Natürlich bin ich wieder mit von der Partie. Nachdem ich den Laserhund interviewt habe, habe ich euch ja wohl ein ganz tolles Bild geliefert, oder? Der... Oh mein Gott. Der Zyklop Applaus. Wen haben wir hier? Ich... Ich bin auch dabei. Hahaha. Ei, okay. Und wen haben wir noch? Hallo, ich bin Divi und ich bin auch wieder dabei. Geil. Oh Gott, ich lasse mich wirklich weg. Das Kamerakind. Hallo, ich mach uns berühmt. Oh Juli, ich dachte, du warst schon drin. Das ist komisch. Nein. Du musst dich anhalten. Scheiße. Juli, jede Sekunde ist kostbar auf dem Film. Ja. Ich merk schon, 70 Prozent. Ja. Da muss wirklich geackert werden. Ja. Also... Neun Stern und angegriffen werden. Ne, ne. Es müsste immer auf dieselbe Map sein. Wir sind nur woanders gelandet. Echt? Vor allem woanders. Hast du schon mal... Gibt es einen Kern in dem Gebäude, wo die ganzen Monster sind? Die ganz bösen? Ich weiß nicht. Was war das Böseste, was ich bis dato gesehen habe, war ein Tentakel-Bayblade. Ja. Ach das, was sich so gebrät hat und dann mit David schon an einen Rand zieht? Ja. Hattest du schon mal den Käfig mit dem Code, den du lösen musstest? Äh, gesehen hatte Juli den, aber ich nicht. Ja. Da bin ich gestern hingelassen. Nicht spoilern. Nicht spoilern. Ich verliebe die Kamera bei einem Spritz. Unsere Kamera geht nicht. Ja. Die Kamera lebt auch. Die Kamera lebt auch. Oh! Oh! Wo habt ihr diese Sound? Alles super nett. Alles super nett. Alles super nett. Okay. Ich brauche auch jemanden, der mir Licht macht, wenn ich filmen muss. Ja? Ja, ja, ja. Ich muss immer sagen, wenn ich drauf bin, Juli. Ich habe immer das Mikro ready. Juli, wenn irgendwas ist, schreist du, okay? Genau, sprich mich einfach an, Juli. Juli, du musst nur sagen, hier, Dalu Card Action, dann sage ich was. Okay, perfekt. Aber du auch, Kati. Und wenn du irgendwas hast, musst du auch sagen, ey, lass mich kurz, lass uns. Dalu Card Action. So, wir schleichen hier unten durch die Gänge. Es ist ziemlich düster. Wir sind sehr weit unten diesmal. Sehr weit unten. Es könnte hinter jeder Ecke lauern. Perfekt, perfekter Take. Hey, auch mit der Musik. Gute Abschied. Gute Abschied. Gute Abschied. Gute Abschied. Gute Abschied. Das ist ein tolles Team. Ja, wirklich. Also, ich hoffe, das Licht war geworden. Das Licht war Bombe. Danke. Sehr gut, Herr. Sehr gut. Hör! 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 Er will auf mich. Aber ich juke ihn. Kein Problem für den rasenden Reporter. Nicht zu nah ran. Der wird einen packen und werfen. Du lebst noch. Nice. Ich lebe noch. Ich habe mich jetzt auf die Fresse gegangen. Du kannst zwei Würfel. Du kannst einen Wurf überlegen. Ich bin der Hamster. Also ich rede ja. Achtung von links. Kassel, Kassel, Kassel. Kassel, Kassel. Easy. Der Meister der KI. An alle Lebenden. Hört ihr mich? Hallo? Was ist mit der Kamera? Kamera. Kamera. Da ist der Mixer, Mann. Ein sehr gefährliches Monster. Es rennt nur geradeaus. Man kann es gegen die Wand laufen lassen. Aber es ist unglaublich tödlich. Wahnsinn. Und hier haben wir auch raus. Ja, da haben wir Leben. Was mit Kapuze? Eigentlich dachte ich, der lebt auch. Da. Da. Da lebt. Kapuze lebt doch? Nee, nicht mehr. Kapuze, hinter dir ist der Pfiff. Ja, das schaffst du. Komm her. Nee, ich weiß, ich habe keine Ausnahme dahinter. Komm her. Ich habe keine Ausnahme. Ich weiß nicht mehr, wo der Weg nach oben war. Der ist Kapuze. Es ist der Mixer. Leute, wir müssen den Ausgang finden. Der ist so die Satzerei. Kam wird bei mir nicht, oder? Ich meine nicht. Hier, hier. Oh, okay. Boah, geil. Wir können sogar noch ein Auto drehen. Wie viele Prozent haben wir noch für die? Wie viele haben wir noch auf dem Take? Sieben Prozent. Ah ja, okay. Okay, das ist ein bisschen in Ordnung. Hast du doch alles drauf? Ich habe alles drauf. Ich habe alle Abgründe gefilmt. Das Schlimme ist, wir sind nicht oben gelandet. Warum? Ja, wir müssen das Schiff noch suchen. Ja, aber war das denn nicht meine Strecke? Okay. Aber in vier Minuten liegt es hier. Ich weiß nicht, ob das hier richtig ist, ne? Wir probieren es. Wir müssen das Schiff noch suchen. Wir sollten uns, keine Ahnung, ob wir uns aufteilen sollten mit CO2. Ja. Ach Quatsch. Also mit hier, mit Sauer, äh, mit, ja, Dauerstoff. Boah, wo waren wir gelandet? Wir sind ja rund. Da ist es. Da ist es, da ist es, oder? Hallo an alle Leute im Chat, wie geht's euch? Okay, wir können gleich noch ein Auto. Ja, da. Wir haben uns aber gut überlegt, ey. Sieh ich gedacht. Daru, ich werde dir jetzt interviewen. Ja, Zeru. Aber was, Licht, 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 Moment. Licht, 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 Licht. Oh. Licht. Drei, zwei, eins, go. Wir haben unser Leben für euch aufs Spiel gesetzt. Nur damit ihr die bestmögliche Video-Erfahrung bekommt. Ich hoffe, ihr lasst ein Like und ein Abo da. Es ist alle. Like, comment, subscribe. Ich glaube, es ist alle. Geil. Das ist leicht. Als wenn die alle nicht like, comment und subscribe. Scheiße. Das Wichtigste vergessen. Egal, das Leben alle. Wir haben alle Monster. Geil. Nee. Wahnsinn, keiner tot. Ja, und die Kamera hat auch überlebt. Sollen wir so einen Klipper kaufen oder ist der einfach, oder bringt der gar nichts? Boah. Ja, bringen tun die Items alle nicht. Ich glaube, die geben halt mehr Klicks, wenn man halt die mit ins Video einbindet, die ganzen Sachen. Das könnte sein. Komm, wir drehen den Dokusong. Ich bin so gespannt, was du gefunden hast. Oh, Scheiße, es geht schon los, sorry. Und wen haben wir heute dabei? Natürlich bin ich wieder mit von der Partie. Nachdem ich den Laserhund interviewt habe, habe ich euch ja wohl ein ganz tolles Bild geliefert, oder? Oh mein Gott, der Zyklop Applaus. Wen haben wir hier? Ich bin auch dabei. Hi, okay. Und wen haben wir noch? Hallo, ich bin Divi und ich bin auch wieder dabei. Geil. Action. Kaput, du sagst. Aber wir schleichen hier unten durch die Gänge, es ist ziemlich düster. Wir sind sehr weit unten diesmal, sehr weit unten. Es könnte hinter jeder Ecke lauern. Filmi, Filmi. Der hat vergangen. Der wird schnell laufen laufen, der wird einen werfen, der wird werfen. Der wird werfen. Der ist nicht am Boden. Was sieht denn aus? Der will auf den Nachlaufschule, unerschrocken. Aber ich suche ihn. Kein Problem für den Rasen. Wenn ich das Minko in der Hand habe, dann hört man mich überall, ne? Ja. Ich war sein Best Friend. Das haben wir hier gefunden. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist Kapuzelschädel. An alle Lebenden. Oh Mann. Wir können ihn nicht vorfassen. Das habe ich von irgendwo gerufen, ne? Das an alle Lebenden, weil ich da woanders war. Ja, ja. Der Mixer, der ist schon voll, der Boy. Da, du Eckart, Action. Da ist der Mixer, Mann. Ein sehr gefährliches Monster. Es rennt nur geradeaus, man kann es gegen die Wand laufen lassen. Aber es ist unglaublich tödlich. Wir haben unser Leben für euch aufs Spiel gesetzt. Nur damit ihr die bestmögliche Videoerfahrung bekommt. Ich hoffe... Ja. Das ist so. Also wir... Komment, Like, Subscribe. Das war aber kurz. Aber 4.600 Aufen. 500 Dollar. Ja. Nice. Das ist ja, hallo. Da kann man auch nichts sagen. Ich hab die Zeit. Ich will mal schauen, was es da gibt. Weil ich habe gestern, als ich gespielt habe, haben die Leute immer alles gekauft. Und dann konnte ich nie was kaufen. Ja, sind... Da werden noch nie 500 Dollar, oder? Weil wir immer was ausgeben. Ich konnte gerade sagen, der Toro hat alles weggeschockt. Ich will schon, was es alles gibt. Dann ist Game Over, Mu. Ja. Weil lohnen sich diese Tänze und so näher, oder? Möchte jemand das Soundboard haben? Okay, komm. Kann man die Tür auf und zu machen? Warte, wir können ja mal gucken, was wir noch kaufen können. Dann gucken wir, wer was nimmt, ja? Ich will jetzt einen Hacker. Okay. Klipper kostet 100. Sollen wir eine Doku-Soap drehen? Möchte denn jemand mit dem Soundboard spielen? Hast du lustige Musik auf dem Soundboard? Ich möchte den Hacker. Ich möchte irgendwas Lustiges. Was so... Was so... Weiß ich... Das ist... So... So... So Full House. Was noch? Nee. Nee. Das am Anfang war gut, oder? Da gibt's nicht so viel. Ähm... Ich hab so ein Full House Intro Musik gedacht. Das ist halt nice. Aber... Ja, aber das ist so ein Jungs. Ich brauch was irgendwie so... Der Funksdinger, mach dir noch was. Nee, gibt's leider nicht. Ja, das ist ja das. Warte, lass mal... Aber das ist ein bisschen kurz. Ach, das ist nur der Sound. Das ist... Das ist... Das ist zu Ende. Ja. Das ist so... Ich... Wurde schon... Everywhere you go... Was aber... Weil da... Ja, okay. Ja, 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 ja. Egal, egal. Ja. Okay, machen wir... Machen wir so ne... Ich hab... Scheiße, ich hab nicht grad... Machen wir so ne Dokus, ob wir alle aus dem Haus läuft. Okay, okay. Sollen wir nicht... Sollen nicht einer aus dem Haus, ist einer arbeit so im Garten und dreht sich so um. Okay, ich hab nicht... So... So den hier. Ja, genau, 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 genau. Aber genau, wir machen es so. So, so, so... Genau, einer... Hier, genau, einer macht hier. Einer geht aus dem Haus, dann grüßen sich zwei. Und hier ist dann irgendeiner am irgendwo so... Hier auch und dreht sich dann um. Und sagt irgendwas. Weißt du, so... Und kann du... Nee, nee. Julie, du kommst raus. Julie, du kommst raus. Sagst, guten Morgen, Nachbar. Ja, ganz natürlich. Ganz natürlich. Dalu kann nach irgendwas... An wen? An wen? Zu mir. An Dalu. Ja, ist es. Du grüßt dein Nachbar. Und ich komm dann... Ich sag... Ich dreh mich dann auch und sag auch, guten Morgen, ja? Und irgendwie... Genau. Ey, wir brauchen ein Übungstake. Übungstake, Julie. Genau, genau. Ohne Aufnahme. Mach irgendwie... Die, wie du bist... Okay, Übungsstake, Julie, okay. Drei, zwei, eins, Action. Du musst auch guten Morgen sagen. Guten Morgen, Nachbar. Das muss schneller kommen, Julie. Äh, ich hab... Deswegen sind wir ja noch... Guten Morgen, Nachbar. Und dann dreh ich mich um, ja? Ich dreh mich dann um. Ich dreh mich erst um, wenn die guten Morgen sagt, ja? Genau, genau, genau. Guten Morgen, Nachbar. Nee, ich ne... Du hast nur die Übung. Ist nur ein Test. Okay. Und dann gehst du zu Divi rüber, oder? Julie, komm aus dem Haus raus. Julie, komm aus dem Haus raus. Sag, guten Morgen, Nachbar. Und guck zu mir. Nehmen wir den das jetzt auch? Judy muss erst üben. Es ist schwer. Guten Morgen, Nachbar. Guten Morgen, Judy. Oh, ich glaub, ihr hört mich nicht, oder? Doch. Hörst du mich? Guten Morgen, Nachbar. Aber du bist so langsam. Ich glaub, Julie hört uns nicht. Äh, hallo, ich glaub, ihr... Ich glaub, ich hör euch, aber ihr hört mich nicht. Wenn du uns hörst... Ich gehör nicht, Julie. Du reagierst ja nicht auf uns. Du hörst uns dich, oder? Doch, ich hör euch. Aber was ist dann das Problem? Ihr hört mich nicht, oder? Doch. Ah, okay. Doch, wir hören dich. Du bist so langsam. Bei dir sind wir so im Delay. Okay, okay. Also, nochmal. Ja. Guten Morgen, Nachbar. Guten Morgen, Julie. Ja, 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 und dann, äh, Divi, du sitzt hier und drehst dich dann so oben, okay? So, das ist der nächste Take dann, okay? Gut, okay, okay, okay. Okay, okay. Julie, nochmal rein. Nur ein Take, ein Take. Jetzt haben wir die Akku, ne? Ich hatte ja dazwischen. Ja. Julie, auf drei. Ein Take. Ja, Akku, genau. Julie, okay. Ein Take. Julie, drei, zwei, eins. Go. Guten Morgen, Nachbar. Guten Morgen, Julie. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Okay, nehmt sie das Tauschen, wenn ich mich umdrehen soll. Wild Gross, Asharos, heute. Und du sagst, du bist so der quirky Charakter, okay? Du bist so der quirky Charakter, der dann sagt, und ich bin auch dabei, weißt du, du bist so ein bisschen der Publikumsliebling. Was ist so der? Du, aber kannst du nicht ducheln? Du machst hier gerade ein bisschen Gartenarbeit, komm. Und du musst nur so, ich bin auch da. Also ein bisschen so, okay. Okay. Drei, zwei, eins, go. Ich bin auch dabei. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. War das das, was du wolltest? So, jetzt. Wir stehen hier alle, wir stehen hier alle. Steht's alle in einer Reihe, bitte. Alle lachen nicht auf. Kartl, du in der Mitte. Du bist so ein bisschen der Charismatische. In der Mitte hier, bitte. Ja. Ich hole hier, neben Kartl. Tippi, neben Kartl. Eine Reihe. In welche Richtung guckt? So. Ja, könntest du zu mir schauen? Ja. Zu mir, zu mir. Und dann sagt sie, und heute geht's richtig los. Und dann läuft sie auf mich zu, okay? Auf drei, sagen wir. Also wenn er, Luzer, wenn du go sagst. Heute wird's richtig wild. Heute wird's richtig wild, sagen wir alle, ja? Auf, wenn er go sagt. Und dann läuft es auf mich zu. Ja. Das ist die, das ist die, dieses, dieses, dieser Bild ab. Ja, okay, gut, okay. So, okay. Ich mach go und dann, und heute wird's, wird's richtig wild und läuft es auf mich zu. Und dann, okay? Okay. Okay. Drei, zwei, eins. Und heute wird's richtig wild. Heute wird's richtig wild. Dein Go fehlte. Ich muss Pause drauf schneiden, aber ist okay. Dein Go fehlte. Ich hab mir gedacht, ihr hört's aus. Okay, komm, geht's rein, geht's. Setz, drin. Oh, scheiße, ich bin fast daneben. Passt. Das kriegen wir zusammengeschnitten. Die Pause schneiden wir raus, easy. Aha. Ich schmeiß das jetzt weg. So. Scheiß drauf. Das hätten wir aber schon noch brauchen können. Ja, wofür denn? Ich nehm's jetzt mit. Ich nehm's mit. Ja, aber du kannst es doch gar nicht benutzen. Irgendwann werde ich schon. Ich kann's ja hinlegen. So. Gut. Passt. Dann fahren wir nicht. So. Soll ich hier, Capuzzo, soll ich hier, Capuzzo, soll ich hier rauskommen und anmoderieren? Guck mal hier. Dann komme ich hier so raus, weißt du? Ich hätte mir eher gedacht, dass du... Ja, ja, ja. Ne, mach du, was soll ich machen? Ich hätte mir gedacht, dass ihr alle zusammen so runter geht und uns unterhältst über irgendwas normales, natürliches, was ihr macht. Und irgendwie... Vivi... Vivi, wir machen ihren Film. Vivi, wir machen ihren Film. Vivi! Wir machen ihren Film. Vivi. So, ihr geht's runter, die Treffen, und ihr erhältst euch über irgendwas. Ihr müsst ein bisschen die Story einleiten. Jetzt wird's gruselig. Aber ihr müsst zusammen, ganz wirklich zusammengehen und erhält euch über... Das, was so... Ich hab gehört, hier in diesem Ort, super unheimlich, wird's irgendwie so ein bisschen so eine Story. Ja? Okay. Wir machen ihren Film. du musst du musst runter zählen ja ich bin so gespannt was uns erwartet ich glaube dass wird richtig ist wieder hunde ja bestimmt oder das wird die nächste banger trilogie ich sag's euch jetzt bitte von euch wenn ihr nächstes mal super jetzt bitte da ist super da kann man runtergehen ich finde es nur von hinten wie eine reihe runter geht's okay so hintereinander gehen sie farsch ihr der aufgabe okay 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 3 2 1 go super 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 das ist was okay gut Wir haben auch nie so einen guten Film gedreht. Jetzt sind wir in der Küche. Aber was tun wir das schon in der Küche? Halt mit der Kamera drauf. Es passiert, es passiert. Der Geist fliegt zu dir. Es ist der Geist mit dem Messer. Mit dem Messer, mit dem Messer. Du musst ausweichen, Kapuze. Der Geist hat das Messer in der linken Hand. Er ist ziemlich schnell und aggressiv. Manchmal springt er sogar. Das war nicht im Drehbuch. Damit wir uns wieder ins Drehbuch halten. Okay, gut. So, alles in Ordnung. Okay, gut. Er kommt wieder. Kattel jetzt! Okay, was machen wir? Umharmlich, ja umharmlich. Vorsicht. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell. Kattel, kannst du mich ein bisschen improvisieren? Ja. Okay, gut. 3, 2, 1, go. Ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Wir wollten hier gerade ein paar Aufnahmen machen. Und auf einmal kommt hier ein Geist mit einem Messer um die Ecke. Ich finde ihn jetzt gerade nicht. Liegt aber auch vielleicht daran, dass es ein Geist ist. Nichtsdestotrotz hat er uns gerade angegriffen. Zwei von uns sind verletzt. Soll ich mir das Bettwachen wieder anziehen? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, aber... Okay. Wo ist der Geist? Da, 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 da! Hinter uns, hinter uns! Er ist wirklich da. Boah, ich hab mir geile Idee! Um Gottes Willen! Stört der Geist uns dabei? Oh, scheiße! Ich könnte! Wenn ihr wollt! Nein! Schöne! Schöne, Mann! Okay, ja! Also Mann, ich hab noch viel, dass ich nicht... Okay, komm! Ich hab nicht... Scheiße, die blöden Monsternerven, warum gibt's die denn? Irgendeiner sollte hier stehen und dann, als wir in die Klappe kommen, kommt er ums Eck und sagt, bitte, weil ich hab nicht Wissen hier! Die Schnecke ist der Gast! Die Schnecke will ein Bier! Die Schnecke macht grad nichts! Ja, genau! Da kommt der Geist! Scheiße, ich glaub, der Film ist... Ich glaub, der Geist grächt unseren Film! Unser Kunstfilm! Ich glaub, der Geist... Hey! Komm hier hoch mit der Kamera hier! Bist du safe! Das ist safe! Ohohohohoho! Hey! Okay, ja... Okay, 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 okay... Okay, nice, nice! Boah, die Traurige Schnecke an der Bar! Komm, Kurzfilm! Ja, und was... Warte, haben wir traurige Musik? Warte, ich hab... Nee! Warte, warte, warte... Nee! Cricket, New Broadcast... Einer muss noch mal runtergehen, um Akku zu ziehen! Scary Kitchen, ne? Ich hol die nochmal zurück, unseren Schauspieler! Kommen Sie mit, Sir! Ihr Platz ist am... Ihr Platz ist am Tresen! Setzen Sie sich hier! Ah! Ah, das ist Z-Trumpen, ja! Okay, hier, Julie! Julie, nimm das... Wenn er hier steht! Oh! Das ist nämlich wegen ihm! Das ist noch einer! Genau, wenn er hier steht! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Sehr gut, okay? Julie, auf drei! Drei! So, jetzt! Ja, nicht schlecht! So, äh, nicht... Alles gut! Sehr gut! Okay, wo ist die Dibi? Ich weiß nicht! Schimpfungs-Dibi! Scheiße, Dibi! Dibi! Oh-oh! Ich geh mal hoch! Wollen Sie jetzt... Ähm... Maschinen-Garn-Hund! Warte mal! Der wird uns da oben noch bestimmen! Warte mal! Der wird uns da oben noch bestimmen! Warte mal! Der wird uns da oben treffen! ... Nee! Oh, kass! Ahaaaahhh! Es geht! Wer, wer! Wie gerne! Der wird uns da obenkl... denças, denasz! Der wird uns da oben... Ok, ich hab! Leute, ich möcht' doch meine abschließenden Worte sagen! Ich hab! Herr Dixmech! Ihr Schweine! Ja, du bist getroffen! Ja, ich hab' leider Dixmech! Oh Gott, ich hab' die Runde abgeschlossen! Dibi, 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 hier! Dibi, hol' das Ding, hol' das Ding, hol' das Ding! Komm, Dibi, komm rein! Mensch, das war ja ein toller Film! Warum gemacht, Dibi? Eigentlich schon, und dann ging's downhill! Ich hab' nur auf Capuzzi gehört! Der hat gesagt, ich soll das Ding holen! Er hat dich umgebracht! Was war das für ein Mist! Ja! Nee, aber es war, es war, es war, es war, es war geplant, es war ein bisschen improvisiert, Ende war Chaos! Und da ist geflogen! Das war das Beste, und wir haben's nicht gebraucht! Aber gut, hier Kartl, ich hab' dein Dings gerettet! Und das Mikrofon! Moin! Film, Film, Popcorn! Ich bin sehr gespannt! Ich hoffe da, wenn das Ende ist, wild! Okay! Bereit? Go! Bereit! Guten Morgen, Nachbar! Guten Morgen, Juni! Guten Morgen, Juni! Ich bin auch dabei! Und heute wird's richtig wild! Heute wird's richtig wild! Oh Gott! Boah, ich bin so gespannt, was uns erwartet! Ich glaub, das wird richtig gruselig! Ja, bestimmt, oder? Das wird die nächste Banger Trilogie, ich sag's euch! Das ist, das ist gut! Wow! Das ist atmosphärisch! Halte mit der Kamera drauf! Ich bin mit der Kamera drauf! Es passiert, es passiert! Der Geist steckt, Julia! Es ist der Geist mit dem Messer! Scheiße! Die Rolle! Mit dem Messer, mit dem Messer! Die Rolle! Du musst ausweichen, Kapuze! Auge auf! Ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist! Wir wollten hier gerade ein paar Aufnahmen machen, und auf einmal kommt hier ein Geist mit einem Messer um die Ecke! Ich find' ihn jetzt gerade nicht! Liegt aber auch vielleicht daran, dass das ein Geist ist! Nichtsdestotrotz hat er uns gerade angegriffen! Zwei von uns sind verletzt! Die Monster filmen! Der wird uns hier unten treffen! Der wird uns hier unten treffen! Mega Quatsch! Der Geist auch! Du musst zu gehen, du musst zu gehen, du musst zu gehen! Wir gehen! Wir gehen hier! Schaffst du, schaffst du! Ja, okay! Ja! Bisschen einfach sehr chaotisch! Aber sonst... Wie viel Views? 18. 18.000? Ist das viel? Das ging richtig ab! Na, du brauchst halt immer... Es ist immer angepasst, dass drei normale Runden das schaffen werden! 18k ist schon richtig! Ja, okay! Ja, okay! 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 Ich schaffe das am Ende nicht mit drauf, aber wie da du dahin und abgeschossen wurdest! Ja, ja! Ich hab allerdings geklappt! Ja! Ja! Ah! Okay! Ready! Moment! Wir haben hier noch einen Tag? Ne! 2 Tage noch! Also wir haben jetzt viermal gemacht! Ach so! Ich soll euch liebgrüßen von Grants! Grüße zurück! Grüße zurück! Ja! Grüße zurück! Grüße zurück! Dann! So! Okay! Wer macht jetzt? Wer findet's? Wer möchte einen Film an? Die, wie will man einen Film machen? Die, wie will man einen Film machen? Wer braucht Taschenlampen? Wer braucht Taschenlampen? Ich hab! Nicht so viel Geld für scheiß Taschenlampen! Die bringen uns nichts! Da, du! 570! Wir waren noch nicht so reich! Die, wie ich werde jetzt ein Monster einfangen! Für eine Nahaufnahme! Hast du einen Goo Ball? Ja! Geil! Aber wie kann man denn das... Wie kann man das denn machen? Jetzt bin ich gespannt! Du musst so einen Goo Ball auf das Monster werfen! Und dann klebt das da drin! Ja! Das ist nicht so gesehen! Ja, ich hab aber nicht gesehen! Eine neue Lieferung! Was ist das? Party! Und das war's! Weg mit dem Geld, Julie! Wow! Und viele Julie! Ja, wie stellst du dir denn vor, was das macht? Das gibt nur einmal! Julie! Wie kannst du einen Böller zünden, Julie? Frag mich mal! Wie kannst du einen Böller zünden? Wie kannst du einen Böller zünden? Wie kannst du einen Böller zünden? Schießt die Rakete in Luft und fragst, was willst du hier und willst und schieß es nochmal? Hey, das hat nur 5 Dollar gekostet! Ja! Geil! Hat dir nicht gelohnt! Wollen wir ein Intro vom Greenscreen machen? Wo ist der Greenscreen? Hier, da! Da ist der Greenscreen! Hier! Wo ist der Greenscreen? Du bezahlst 5 Dollar! Wow! Mal... Das ist doch eigentlich gar nicht geil! Einfach New Yorker ist geil! Duisburg haben sie auch! Ich nicht, ne? Sollen wir mit? Ey, komm, wir müssen mit, oder? Hä? Wir sind doch die Crew, oder? Julie, du auch? Oder? Jawoll! Boah! Könnt ihr dann einmal kurz, äh, beschreiben, dass wir jetzt im zweiten Teil unserer Trilogie sind? Und heute wieder auf den Monsterjagd gehen? Okay! Und, go! Dank euch war der erste Teil unserer Trilogie sehr erfolgreich und heute drehen wir den zweiten Kapuzenwurm. Was haben wir heute vor? Wir gehen heute in ein verlassenes Gebäude, wo noch jahrelang keiner mehr drin war und man hört, äh, Spukgeräusche da raus. Was wird uns erwarten? Julie, was wird uns erwarten? Ich bin gespannt auf krustige Kreaturen da unten. Ihr habt's gehört. Viel Spaß! Nice! Wie geht's? Dann ziehen wir los! Aber wir haben jetzt gar nix! Keine Taschenlamp und gar nix! Du hast ja versucht, einen Partyknaller zu kaufen! Da, du, der Partyknaller ist nix! Das ist ein Lacher! Oh! Wusstet ihr das? Wir sind im Unterwasser eigentlich, oder? Ja, sie reden halt immer von der Dome, ne? Ja, ja. Aber... Ja, wir haben ja auch so einen Tavan zu... Wir haben ja auch einen Astronauten anzuschauen. Direkter Eingang! Wo ist das? Wir können an den Todstürzen! Wow! Denken wir dir jetzt! Und ich bin mit mir auf die, wunderschöne Leise! Das ist aber gefährlich! Ohne... Auf, hoch, hoch! Das ist ein Prankerade! Hier über den Etagen... Da ist lieber ein Alkoholus! Das ist immer gerade, oder? Denken dran, wir sind in der mittleren Etage diesmal gelandet, ne? Das ist wichtig! Uuuuh! Was geht bei dir das? Ja, nicht, dass wir beim Wegrennen nach oben laufen, weil da ist nix. Ah, okay. Ja, ja. Ja, ja. Rute, 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 rute! Geil! Okay, runter oder rauf? Aber, also, runter ist eigentlich immer gefährlich, ja. Und ich bin ja eigentlich für die Gefahr. Für die Gefahr? Ich hab das Gefühl, hier würde der Boden wegbrechen. Hattest du gestern schon probiert? Das hier sieht zass aus. Ja, wir haben gestern Google dabei, es ist nicht eigentlich gut! Du, die Kamera war heute! Der Boden bricht nicht zusammen! Hört ihr das? Ja! Ja, warum bricht's denn nicht ein, die Scheiße?! Kann man nur eine Werkzeug kaputt machen? Ah, hier sind diese doofen Gänge! Oh, die Lappe! In diesem Labyrinth ist dann so lange! Nein! Einer kann eine Spinne! Ja! Ne! Ne! Wollen wir da rein? Ja, zusammen kann uns ja nichts passieren! Oh, ich weiß! Ab dem Moment, wo uns rennen sie nicht hoch! Also hier wieder Haus zu finden, ist so ätzend! Ja, aber zusammen werden wir doch... Ich kenn den Weg auch! Wir brauchen einfach da, nur so lange er lebt! Wir müssen wieder an die Decke gucken! Das ist wichtig! An die Decke? Ja, weil hier dieser, der einen hochzieht, dieser Mob! Ja! Ach so! Ich dachte das war... So, wir sind jetzt gleich raus eigentlich? Ja genau! Perfekt! Und... Und... Aber... Geht's hier ja nur runter! Ja, ich dachte ihr wollt nach unten! Ja, 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 ja! Wir wollen die Tiefen! Hier unten geht's noch weiter! Leute, nicht auftrennen! Wo seid ihr? Zurück! Da, du da! Das ist bestimmt Schlimmes! Wo sind die anderen? Die sind schon weg! Ja, wir sind weiter runter gegangen! Seid ihr wahl! Könnt ihr euch doch nicht trennen, mitten hier unten! Wir gehen nicht mehr fern! Das ist ja die Höhe! Ne, wir sind ja nach unten gegangen! Oh ja! Oh! Ach so! Ach so! Ah! 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 Ich hab den Geist gehört! Oh no! Hier geht's runter, Freunde! Ich hab das nicht zu Besuch kommen! Wir werden nie wieder zu Besuch kommen! Wir werden nicht zu Besuch kommen! Das wollte ich gerade sagen! Das wollte ich gerade sagen! Aber... Was ist das denn? Ein Massagegerät! Was? 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 Der Wixer! Der Wixer! Der Wixer! Der Wixer! Film ihn! Film ihn! Oh! Log ihn da rein! Ja! Film ihn! Aber jetzt trotzdem in der Wixer! Film ihn! Wir haben den Wixer! Wir haben den Wixer! Wir haben den Wixer! Der wacht nicht mehr! Geister! Ha 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 ha! Au! Wir werden immer wieder in den Film rein! Was? Filmst du? Filmst du? Filmst du? Filmst du? Nochmal, oder was? Nochmal! End charge! Ent charge! Tschuldi! Ey! Gib mich! Gib mich! Gib mich! Ich greife über den Arsch! Pass auf! Ha 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 ha! Das war gut! Was ist das? Nein! Ich bin schon wieder tot! Leute! Hier ist wieder so ein... Airhugger gedötz! Ihr müsst mich retten! Ihr müsst was gegenwerfen! Kato! Ihr könnt was gegenwerfen! Wirf! Wirf! Kato! Ah! Oh was? Hab dich! Hast du recht? Ja! Klar hab ich dich! Oh! Naja! Ich hole dich nix! Das nennt sich Karma beim Lachen! Hey! Ich bin auch mal nicht reingeschwunden! Was ist das? Ja! Was ist das? Leute! Wir sollten hoch! Ja! Aber wir... Hä? Das war's schon? Wir müssen den Rückweg zumindest finden! Den Rückweg finden erstmal! Ja! Aber ich würd schon gerne... Hälfte von Sauerstoff ist schon weg! Und wir haben einen weiten Weg! Ja! Denk an die Klicks! Denk an die Klicks! Ah! Oh Gott! Da ist der Mixer! Hi! Der Mixer! Wir müssen nach oben! Kato! Komm! Wir brauchen die Kamera! Ich kenn den Weg! Dibi! Wo ist die Kamera? Wir brauchen die Kamera! Äh! Wir brauchen die Kamera! Aber wo ist Dibi? Kato! Kato! Ich will die Kamera! Mehr nach! Wir können noch eine Folge Friends filmen! Ja, aber... Äh! Da oben ist was? Was ist denn da? Halt die Kamera! Halt die Kamera! Mir nach jetzt! Äh! Wer ist er?! What the fuck?! Wer ist er?! Was ist das?! Achtung! Was ist das?! Was ist das?! Hallo? Warum lebst du? Ich lebe noch! Kapuze? Geht's dir gut, ja? Dibi, du musst... Dibi, lauf vorbei! Lauf vorbei, Dibi! Ja, ja, ich lauf nach oben! Warte, ich folg mir! Dann opfer ich mich noch! Für die Kamera! Bist du hinter mir? Kapuze! Hier, mir nach! Äh, nein! Ach nein! Ey, du bist doch genau neben mir, Dibi! Hier! Ach da! Hast du das Mikrofon an? Ja! Ja! Das musst du weglegen am besten! Okay! Wenn ich dir folge... Weil sonst kann ich dich nämlich nicht ordnen! Folg mir! Genau! Ja, ja, ja! Ich kenn den Weg hier raus! Perfekt! Hast du dieses riesige Ding drauf?! Ja, ja, ja! Das muss Klicks geben, den hatten wir noch nicht! Der sieht so wild aus! Herr Juli hat sich geopfert, oder? Wir können ja mal gucken, ob die noch leben! Ändern sich die Meteranzahlen noch? Nein! Die sind beide tot! Keiner bewegt sich von denen! Oh! Setz dich noch neben mich? Können wir noch ein Video machen! Hm! Ja! Zwei haben wir leider verloren, aber wir leben noch! Also High Five, hm? Die wichtigsten Leute für die Klicks sind noch am Leben, Leute! Lasst gleich da! Ciao! Juuuutsch! Hallo! Der Ogre hat uns gekillt! Haben wir gesehen! Der Ogre! Ihr habt jetzt auch drauf? Der Ogre hat uns gekillt! Das war schlimm! Hast du ihn drauf? Den, 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 den Ogre? Hab ich drauf! Sehr gut! Ich hab nur ein lautes Sprüngen gehört! Und das war nicht ich! Der hat mir zwei Kinnhaken gegeben! Nein! Dank euch war der erste Teil unserer Trilogie sehr erfolgreich! Und heute drehen wir den zweiten Kapuzenwurm! Was haben wir heute vor? Wir gehen heute in ein verlassenes Gebäude, wo noch jahrelang keiner mehr drin war! Und man hört Spukgeräusche da raus! Was wird uns erwarten? Julie, was wird uns erwarten? Ich bin gespannt auf krustige Kreaturen da unten! Ihr habt's gehört! Viel Spaß! Ich hab heute die Ehre zu filmen und ich nehm euch mit auf diese wunderschöne Reise! Das ist wichtig! Wir kommen raus! Das macht aber heute... Ich dachte, ihr wollt nach unten! Wo ist die Gefahr, hm? Die Monster haben gehört, dass wir zu Besuch kommen. Wir sind heute nicht... Wir werden nie... Oh Gott! Wir fliegen hut auf! Was ist derc?! Was ist das, meh?! Oh ne, da. Ich hoffe, du musst vier ver jueondeern! Wir hören zu dir! Komm mal weg! Kann man ihn? Unser Freund wieder! mir nach mir nach die 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 zwei haben wir die wichtigsten die wie viel 32 32 weil das war ja ein bomben film lol 32.000 views das war krass sind wir da jetzt eigentlich schon ja jetzt können wir noch einen bonusfilm drehen jetzt können wir noch die zusatzfolge das abo special schnick 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 ja komm jetzt mach mal ein abo special ja genau wir machen jetzt ein abo special ja was machen wir denn für ein abo special was ist das abo special meine freunde was reden wir denn für unsere fans dass julie mit so einer kruste tanzt mit einer kruste ne schnecke ja das macht sie doch eh immer da muss er oder wenn wir laser finden ich gehe durch die laser soll bringt es sich was rein für die klicks sich zu opfern wird es ich glaube es sind die monster die man filmt und die gadgets die man nutzt ja der guhball könnte relativ viel grad gebracht haben der war nein ich nehm ich äh 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 tasha bist du kein fan ich finde da sieht man halt was warte mal ich hab ne idee können wir den taser kaufen oh cool komm wir machen prank wir filmen wenn wir getasert wird das ist doch cool und rustig das finden doch alle gut ja wir machen pranks ok komm wir machen wir machen ich will daneben stehen und applaudieren mach euch mach euch es ist teuer also ok 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 ey komm wir machen ich hab nen taser warte mal ist der kann man den nur das ist das ist Achtung party oh komm wir pranken den irgendeinem Gartenarbeit und ich komm von hinten das ist es ja ich hab ich judy muss getasert werden und ich mach da noch so nen partypooper ok ja genau so und du springst dann in die kammer und sag just a prank das ist es warte ich mach kurz ich mach kurz Antwort dann switch ich und dann können wir direkt drüber ok kapuze taser und ich spring dann so rein zünde den und sag just a prank ich komm ja rein ins bild ich komm ja rein nichts davon ja warte ich bin auch du musst das so filmen dass man kapuze und mich sieht wie wir uns richtig schlecht verstecken richtig du musst uns du musst Dalu und mich auch drauf haben und dann und dann und dann ja ich hab euch von hier und dann komm ich so auf euch zugelaufen so ganz langsam ich würd zoomen ich glaub zoomen ist besser weil es wirkt irgendwie noch ein bisschen authentisch so ich ich mach kurz Antwort und lauf dann auf euch zu und ihr ist nie dran ja ich würd zoomen oder aber wann willst du wann willst du wann willst du tasern also ich würde sie soll auch dich filmen dann soll sie mich filmen und wenn ich sehe dass die Kamera auf mich direkt wird wie ich los ah ne und dann und dann sie film dich mich dann Juli und dann komm ich aber es dauert doch viel zu lang ja du musst das schnell beeilen ja okay so Leute vielen vielen Dank für die ganzen Abos wir haben ein kleines Special für euch vorbereitet das ist schon gut das ist schon gut ey 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 ih ey der Partypooper geht nicht geil grob okay pass komm wir tasern monster der Partypooper geht halt nicht wo denn Lust jo ja Okay geil komm wir tasern ich hab nur einen gezündet von den beiden aber egal ziehen wir auf noch mehr tasern und dann gehen wir mit drei tasern und einer Kamera rein aber ich hab nur einen von beiden gezündet Dann tasern wir so eine Schnecke weg. Komm, mach mal, mach mal, mach mal. Ja, willst du? Wir haben keine Sprank-Special. Ja. Okay, okay, okay. Ich hatte beide eigentlich gehabt. Okay. Sollen wir uns noch viel mehr beim... Sollen wir uns noch kaputt sind? Dein Arm sieht wrong aus. Sollen wir... Warte. Sollen wir noch so lachen? So, bevor wir reingehen? Also, was so... Dann wäre so richtig dumm lachen, während wir jetzt hier reinlaufen. So kein Zwischenschott für... Die wie kann ja da unten stehen bleiben? Die wie kann ja unten stehen bleiben und so filmen wir raus. Ja, und ihr kommt raus und lacht so richtig gut. Und wir müssen aber so lachen, so. Okay, go. Sehr gut. Sehr gut. Und ich will auf jeden Tag Monster Prank... Jeden Tag Monster Taser. Ich gebe euch dann die Taser immer weiter. Ich glaube... Das ist eine Mutprobe, sagst du? Ja, ja. Wir müssen... Die Taser, die. Keine Break-Folge muss... Das lieben die. Da ist der kleine... Halt drauf, halt drauf! Halt drauf! Willst du drauf? Ja, 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 ja. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der Kleider. Warte. Bei uns am Eingang. Geil, geil, geil! Oh, was? Oh Gott! Ich hab die Zerat. Ich hab die Zerat. Ich hab die Zerat. Ich hab die Zerat. Ey, Mann, es geht nicht mehr. So, jetzt kann ich da. Hier, du darfst nicht zu Hause nachdenken. Okay, komm, wir suchen wen Neues. Ja! Da! Hey, komm her, du kleine Schnecke! Ei, ey, 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 ey! Just a prank, just a prank! Juli, nimm du den Zelt rein. Okay, Juli, du darfst. Juli, hier. Die nächste! Die nächste! Entschuldigen Sie, Sir, wie fanden Sie es getasert zu werden? Ah! Ist doch nicht fixiert! Geh weiter! Wir wollen wieder nach Hause? Oh Gott, da war es! Wo, 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 wo? Der nächste Prank! Ich wäre dafür, dass wir tatsächlich zurückfahren, weil wir haben nur noch elf Prozent, wir haben jetzt so viel aufgenommen. Aber wir können doch noch einen Prank! Ja, elf Prozent ist zu wenig! Ey, ich fände um an! Lass uns lieber zurück! Wir haben doch eh genug Kohle! Wir müssen an dem vorbei! Hier lang, hier lang! Mir nach! Ja, was wollt ihr denn oben? Ich bin beim Schiff! Leute, wenn ihr zum Schiff holt, müsst ihr zu mir! Ich rede immer mit dem Mikrozeug! Wenn ihr zum Schiff holt, müsst ihr zu mir! Okay! Das war's von den Prank-Partys! Der letzte Prank geht an Juli! Weil Juli ist nicht im Schiff! Auf Wiedersehen! Lass uns mal mal drehen! Ah, Juli! Okay, okay, nochmal! Okay! Garne, du musst! Du musst! Dach schnell! Drei, zwei, eins! Ich mach... Let's go! Guck mal! Als letzten Prank lassen wir Juli im Schiff zurück! Macht's gut! Tschüüüüüüüüü! Yes! trousers die breakey! W Da kommt Juli! Nee, das ist die Schnecke. Julie! Julie, hörst du mich? Wie kann die euch denn verloren haben? Sie war die ganze Zeit am Umarmen und dann war sie weg. Julie ist tot, glaube ich. Julie ist tot. Julie ist 13 Meter von uns weg, die muss über uns. Eine Tate über uns sein. Oh, die ist zu weit nach oben gelockt, meinst du? Mhm. Aber tot. Aber sie hat halt 500 Euro Equipment mit oder so. Nehmen wir einfach den Steckenmann mit hier. Maudano mit. Ich weiß nicht, ob Kapuze das schafft. Ach, klar. Ich hab grad ein Höh gehört von Kapuze. Er bewegt sich auch nicht mehr. Okay, Diebe, ich geb dir das Mikro. auf der anderen ist kein Verlass. Wenn du nichts mehr von mir hörst. Na gut. Diebe, rede mit mir, damit's nicht so schlimm ist. Diebe, ich hab's mir anders überlegt. Diebe! Ja, soll ich fliegen? Nein, doch nicht. Ich muss mit. Mach zu. Da war dieser, der Riese war noch da. Der kam gerade im Gale. Oh nooool. Oh man, das hätte ich schon auf der Kamera gehabt. Das hat sich so gut angehört aus meiner Position. Hat euch der Riese gekillt? Der Ogre, ja, ja. Der Ogre. Der ist so schnell. Ich wollte den Taser holen, aber ich hab den Kuhler nicht mehr gesehen. Ja, ich wollte danach auch noch den Taser holen. Ja, ja. Da hatten wir auch was gestorben. Aber der Taser war leer, oder? Ja, der war leer. Der war leer. Du kannst ihn aufladen. Der hat auch so Batterie wie die Taschenlampe. Oh lol, okay, das ist geil. Ja gut, dann seid ihr ready? Unser Abospecial ist super. Vielen, vielen Dank für die ganzen Abos. Wir haben ein kleines Special für euch vorbereitet. It's a prank, bro! Jo, geh weg mit dem Ding. Jo, geh weg mit dem Ding. Hey, hey, hey! Was ist das dumm? Wo ist er? Hallo! Na du? Warte! Wo ist er? Ja bitte? Mach das nicht zu Hause nach, Kids. Hey, komm her, du kleine Schnäckle. Oh shit! Ey, 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 ey! Just a prank, just a prank! Just a prank, just a prank, just a prank. Ja, 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 sorry. Du, die das jetzt auch machen. Entschuldigen Sie, Sir, wie fanden Sie es, getasert zu werden? Als letzten Prank lassen wir Julie im Schiff zurück. Macht's gut! Was? Danku! Boo! Dani, du Schwein! Lass gleich da! Dani, du Schwein! Du warst nicht da! Du warst nicht da! Ich expere! 13 000 views? Geiler Pult! Geiler Pult! Was gibt's noch für Items, was wir noch machen können? Jetzt haben wir natürlich viel Geld verloren erstmal. Ja stimmt. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen rise and grind. Schlafi! Kann man doch Monster schubsen? Oh, kann man... Kann man Monster von Klippen stoßen? Nee, ich glaub nicht. Kann man... Gibt's kein Demonstration? Vielleicht nen Tate oder sowas? Was? Den Kick? Oder den Taser, um den runter zu tasern? Und sowas? Was gibt's noch gerade? Der Taser ist schon witzig, aber der kostet halt echt viel. Was könnte witzig sein? Ein Backflip von oben runter. Gibt's doch was mit Monstern? Also das auf jeden Fall gut zum Schubsen ist, es ist boomig. Also damit kann's so ein bisschen... Aber kann man da wirklich nur schubsen? Distanz halten. Ich würd gern Monster runter schubsen. Ich würd gern Monster von Klippen stoßen. Ja, okay. Ähm... Langsam frage ich mich, ob die die Monster sind oder wir die Monster. Ich möchte, ich möchte Dingern, äh... Soundfiles hinzufügen, wenn was passiert. Das finde ich lieb. Okay. Das kostet aber 20 Euro. Ja, ja, die billige Ebene. Da kann's ja nix falsch machen. Da kann's ja nix falsch machen. Okay, okay. Können wir Intro machen und Judy erzählt einen Witz? Ja. Wer hat die Kamera? Einer muss die Kamera nehmen. Judy erzählt einen Witz. Kapuz oder Givi? Einer von euch muss filmen. Ja, ich will nochmal... Okay. Okay, Judy allein im Bild. Judy erzählt einen Witz. Judy macht die Unmod und danach einen Joke. Okay. Gut. Drei, zwei, eins, go! Wir sind wieder zurück, die Spookbusters. Und wusstet ihr schon, warum sollte man nie Cola und Bier gleichzeitig trinken? Weil man sonst collabiert? Was ist denn das jetzt? Galu! Ich betone den Applaus! Galu! Wir können dann... Ja, wir können dann heute so etwas aufhängen. Also du, wenn du ein Video schneidest, dann schneidest du eine lustige Szene so am Anfang. Und dann machst du einen Cut. Und dann, damit die Leute wissen, was sie dann erwartet, damit das Video geschaut wird. Will jemand anders eigentlich filmen? Oder? Nee, ja nicht. Das ist für unsere Friends. Unsere Friends. Ich film, ich film. Ich film. Ich film. Okay, warte. Ich will noch einmal eine Aufnahme von meinem Gesicht machen. Halt mal kurz still. Das ist doch schönes... What? Das ist doch schönes... Okay. Okay. Teste nur meine Sounds. Ja, 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 ja. Glückwunschwangen. Guck, ich mach so ganz viele Kurzclips. Oh ja, darf ich einmal durchs Bild rennen einfach? Von links nach rechts? Okay, Karl. Was machen wir? Hallo, schönen guten Tag. Was machen wir? Erzähl irgendwas, irgendwas zu erzählen. Jetzt geht's wieder los. Oh. Yippie! Hast du was drauf? Ja, hab ich's drauf. Ja. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Ja. Egal. Okay. Dann, äh... Ja. Habt ihr alles? Ja, hab ich alles. Ach, wir brauchen jetzt 151k, ne? Oh, wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt... Das ist ja easy. Also du... Du hast einfach ein bisschen mit dem Prankgrove unterwegs. Also was... Ne? Wir brauchen jetzt mehr Monster. Halt mal die... Halt mal die... Halt mal die Cam auf der, Alu. Wow. Was war ein Schock. Hey, gut. Er ist nicht da. So schön. Oh nein, ein Auge. Ich muss ja nur gute Sounds raussuchen. Wir sind auf dem Dach gelandet. Moment, Moment. Stopp, stopp, stopp. Wie kommen wir wieder zurück? Das wird heute erwarten. Wir sind am Start. Ja! Über das Gerüst? Jaja, anscheinend. Ich will nur wissen, wo das anfängt. Da unten ist auch schon Action übrigens. Wow, was ist da? Ja, okay, ja. Geht denn du? Warte zu mich! Ja. Hey, Jules! Das ist ein richtig beschissener Spawn, denke ich. Okay. Aber hier. Nein, Jules, du hättest ja... Los, jetzt doch du! Okay. Go! Au. Au. Haupteingang! Da ist die Haare. Haaa! Kaputze, mach nochmal ein Intro, warte, mach nochmal eine Aufnahme und lauf langsam mit mir mit. Ich geh rückwärts, ja? Okay, 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 okay. Ich zieh runter. Okay, drei. Ich zieh runter. Okay, mach du. Drei. Zwei. Go. Das wird unser großes Finale. Es wird richtig, richtig spannend. Oh mein Gott! Was machen wir eigentlich jetzt? Wir brauchen jetzt dringend irgendwelche krassen Monster, ne? Ja, bis jetzt hat ich mir das selbe. Hier ist nur ne Kackschnecke. Ah, wieder ne Kackschnecke, Arsch noch! Mach! Verbiss nicht! Gerne will nicht! Ich schub sie! Ich schub sie, 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 ich schub sie. Oh! Sie hat nichts. Die frölle Kuh. Die Kamera darf nicht sterben. What the fuck? Was bist du denn? Wir lassen uns. Hör sie! 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 T Sei! Aber nein, der hat die erste geworfen! Bandate! Der, das Monster! Was denn? Welches Monster? Hä, das Ding mit den Bomben! Ja, der ist so! Jetzt? Genau, der wirft eine Bombe manuell und danach sprengt er sich selbst. Oh, Laser. Ich dachte, Juli wollte da rein springen. Ja, für 5000 Likes. Juli! Ja. Ich will schon mit Laser springen. Okay, mach aber mit Ankündigung, mit runterziehen. Ich habe auch einen Soundpfeil. Ich habe auch einen Soundpfeil dafür. Und ich sage, für 5000 Likes springe ich da drüber. Okay, Juli. Divi, du musst das Monster ablenken. Ich habe die Schnecke. Och Mann, ich will doch nicht mitmachen. Ich habe einen Soundpfeil. Juli, wann läufst du los? Nach wann rennst du über den Laser? Also ich sage 5000 Likes, damit ich hier drüber springe und dann springe ich. Okay. Und Action. Kapuze, mach du. Okay. 3, 2, wir haben nur noch 27 Prozent. 3, 2, 1, go. 5000 Likes, damit ich nicht drüber springe über den Laser. War das mit dem Soundfall gut? Hat gut geklappt. Haha, tut die Divi, ich bin wieder mit der Schnecke. Okay, wir brauchen jetzt noch ein paar Shots, einfach Jump Cuts von Monstern. Jump Cuts von Monstern, okay. Wo ist Divi? Divi, hörst du mich? Divi, wo bist du? Aber ich kann Julis Establau aufnehmen. Das ist ja... Wo ist Divi hin? Die ist ja nicht weggerannt. Divi! Die ist ja nicht weggerannt. Divi! Divi! Der ist geschleckt nun mal wieder. Divi? Ja? Ich hör komische Geräusche. Ich hör wirklich irgendwelche Geräusche gehört, von irgendeinem Monster, das sie nicht kennen. Ich glaub nicht, dass es die Schnecke war. Das war das? Hast du gehört? Nee. Ich habe doch noch was anderes gehört. Oder was ist auch du? Weiß ich nicht. Nee, nee, nee. Das war so... Das könnte Divi gewesen sein. Okay, wir gehen da. Der hätte mir einfach durchgekürtet. Julie, du hattest anders versucht. Komm mal, Katja, komm, wir machen... Katja, du kniesst mich jetzt vor der Julie hin und drehst dich um in die Kamera und sagst, sie ist fort. Okay, sag Bescheid, ja. Okay. Da kommt, Achtung, Messerstecher. Du kannst... Es tut hier noch. Katja! Der macht mich nass! Katja, Katja, das ist gut. Katja, gut. Er hat mich abgestochen. Die Schnecke! Bist du tot? Katja, nimm die Kamera! Ich bin tot. Ich muss gehen! Oh nein, der Laser hat ihn nicht gekillt. Oh, Katja? Nein, Kapuz hat leider einen Orientierungssinn. Katja, ich muss gehen, ich muss die Kamera retten! Oh scheiße, dann wird der nicht mehr rausrufen. Das stimmt. Katja, ich muss gehen, ich muss gehen, ich muss gehen, ich muss gehen, ich muss gehen. Ich muss die Kamera retten. Die Kamera. Die Kamera. Katja, ich bin tot. Oh Gott, ich hoffe, ich bin ohne Katja zurück. Er macht das Geräusch, die blöde Schnecke. Da rein, Kapuz. Hallo! Kapuz, der Sauerstoff. Mein kleiner Pupp. Kapuz, das Video. Ist der Katja tot? Aber er muss halt auch noch an das Geländer holen. Ich weiß nicht, ob er das schafft. Oh, er hat das Mikrofon. Aber wer hat ihn getötet? Los, jetzt Kapuze. Du kleine Dreck-Sau. Oh Gott. Der jätet immer so, ne? Ich muss aufs Geländer. Links, 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 Kapuze. Das Raumschiff war oben. Ja, aber das Geländer ist hinter ihm. Du kleiner, du. Kapuze, davon bin ich nicht gestorben. Kapuze, das Geländer ist in die andere Richtung. Geh wieder zurück. Aber da ist der Geist. Feil dich, der Sauerstoff. Mein Sauerstoff. Scheiße. Wohl, hier. Ich versuch's nochmal. Ja. Oh, 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 oh. Oh Gott. Chef-Inspektor. Ich muss rauf, ich muss rauf, ich muss rauf. Hat Kapuze gerade Chef-Inspektor gesagt? Ich muss rauf. Chef-Inspektor, hast du gerade 50 Subs auch bei Kapuze gedroppt? Er hat gerade deinen Namen gesagt. Wenn's das ist. Chef-Inspektor, danke schön für die 50er-Sub. Hast du gerade bei Kapuze auch 50 Subs gelassen? Ich hoffe, ich weiß nicht. Ja, 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 ich weiß nicht. Ich hoffe, ich weiß nicht. Bei dir. Dibi. Er hat doch gerade deinen Namen gesagt, Chef-Inspektor. Ja, ich hab was ge... Vielen, vielen Dank für den fetten Support. Wenn ich sterbe, musst du die Kamera nehmen. Danke dir. Achso, du hast auch keinen Sauerstoff mehr. Du musst mich echt beeilen. Was soll ich denn tun? Ich kann... Ja, perfekt. Oh Gott, das wird sehr knapp. Scheiße! Nimm die Kamera! Hä? Nimm die Kamera! Nimm die Kamera! Es bringt doch nichts! Wieso nicht? Weil ich auch sterbe! Weil ich... Weil ich... Du schaffst, dass du es! Wow. So kurz davor. Ich bin umsonst gestorben! Wo war die denn die ganze Zeit? Warum bist du eigentlich... Warum warst du eigentlich nach oben gegangen, als du die Schnecke ablenken solltest? Hey, ich hab sie abgelenkt! Indem du abgehauen bist? Du warst auf einmal weg? Können wir das Video jetzt noch gucken? Nein. Oh, ne! Nö! 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 wieder aufsammeln. Kartl, wir können die finden, aber die ist an einem anderen Ort als davor. Also die ist irgendwo auf der Map. Aber dann hätte man ja zwei Kameras. Ja eben, das ist halt das Komische. Ja, aber das ist ja egal. Also... Ohne? Du kannst ja... Die Kameras sind an der Stelle, wo ihr gestorben seid. Man kann zwei Videos auch pro Tag machen. Also das geht, Kartl. Die Alte funktioniert da nicht mehr. Okay. Dann müssen wir... Ja, dann können wir... Also dann gehen wir schlafen und suchen die dann. Okay. Wollen wir da zwei Teams machen? Eins zum Aufnehmen und eins zum Suchen oder so? Wir finden das schon. Oder ein ganzes Team. Den wir werden die finden. Das machen wir. Das kriegen wir hin. Danke nochmal, Chefinspektor, ne, für die 50er Subbomb. Vielen, vielen Dank. Jetzt ein bisschen ranhalten, weil... Beides ist ja CDC. Das Video könnt ihr trotzdem schreien, das ist auch nicht geschehen. Ja, ja, nur das Temp-Video. Es ist immer das letzte Video gespeichert. Aber ich will's ja nicht auf meinem PC haben. Ich will's ingame haben. Ich stehe hier auf dem Busch für die Taschnamme. Nimm die Kamera mit. Du musst jetzt einen guten Vlog machen und ich such die andere. Wir sollten auch noch filmen damit, ne? Also wir sollten auch noch filmen. Ja, ja, wir müssen einen guten Vlog machen. Okay. Wir brauchen jetzt... Wir brauchen nur Content jetzt. Also Full-Kamera mit Klicks. Okay. Wir brauchen jetzt Klicks. Die Taschenlampe? Aber warte mal. Wir... Überschreibt die neue Kamera dann die alte? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können beide Filme dann angucken. Okay, okay, warte. Okay, warte. Warte, warte. Dann machen wir so. Dann ist der Vlog um die alte Kamera zu retten, okay? Ja. Okay, okay. Juuu. Also. Hat irgendwie eine Serious-Musik? Äh, ernste Musik? Wir haben gar nichts. Wir sind arm. Wir haben keine Musik. Wir sind broke AF. Okay. Okay. Eure Brain-Pros sind wieder am Stand und heute unsere Aufgabe, die Kamera zu finden. Kassel, sagen Sie was. Wir werden die Kamera wiederholen und euch den besten Clip aller Zeiten ranbringen. Ja, weil wir haben unsere SD-Karte verloren und so. Okay. Jihau. Easy. Nein, nein. Kapuze ist voll drin. Nee, nee. Der Kapuze ist nicht verwirrt. Der ist voll im Fokus. Der macht hier die guten Videos. Kann sein, dass Kapuze ist ein bisschen verwirrt. Nein, nein, nein. So, ich gehe nach oben aufs Dach. Das hat natürlich doof gemeint mehr, oder? Nein. Okay. Das ist netter. Okay. Okay. Der ist wirklich sehr nett. Okay. Wir suchen die Kamera. Ich gehe nach oben aufs Dach. Ich gucke, ob die da ist. Karten, die sind oben aufs Dach. Ich bin gespannt, ob da was passiert mit. Oh Gott, weiß nicht. Boah, habe ich mich da hochgezogen? Holy shit, das sah voll gut aus. Habt ihr die Kamera? Ja, ich bin... Ja, die liegt hier. Nee. Doch, ich habe sie. Ich habe die Cam. Komm, ich komme, ich komme. Ich habe die Kamera gefunden. Kapuze. Hier, die Kamera. Die Kamera ist kaputt, aber ich glaube, wir können den Film noch retten. Aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt gehen wir noch weiter. Jetzt wird's krass. Gut, gut. Sehr gut. Und runter zum Haupteingang. Klatsch. Aber wo sind jetzt schon wieder die anderen beiden? Ja, aber ich höre sie schon wieder nicht. Nee, wir haben gar nichts. Gar nichts. Divi! Wir sind auf eigene Faust unterwegs. Okay, kein Problem. Komm, wir machen den Film alleine. Ja, wir brauchen jetzt aber wirklich noch ein paar Klicks und dürfen hier nicht draufgehen. So ist es. Wir brauchen wirklich ein paar Clips. 60 Prozent auf dem Karten. Da ist ein guter Clip. Mach von Weitem aber. Okay, 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 okay. Wann, er kommt. Eil dich, schon mal, lauf, schon mal, lauf. Da, da, da ist er, da ist er. Lauf! Da ist er, Kim. Okay, wir laufen, Kat, wir laufen. Ich auch von mich so. Komm, du bist ein Gigant. Oh Gott, wird das krass. Ich weiß, was soll ich tun? Raus, wir gehen raus, Kat. Oh, siehst du aus. Die neue, die Kamera. Ich hab die Kamera. Alter, der ist ja wild. Aber den kann man noch holen. Die Kamera kann man noch retten. Kat, du bist auch tot. Wie hat er dich denn gekillt? Was soll ich denn tun? Der hat mich erhebt. Ich hätte auch gekillt. Sorry. Ich dachte, er hat nur mich geschlagen. Wie soll er dich? Nee, mich auch. Ich weiß nicht. Hier sind die Stimmen aus der Geisterwelt. Ihr müsst durch den Haupteingang rein und beide Kameras retten. Und passt auf den Riesen auf. Oh, nein. Was war das? Was ist das? Ich weiß es nicht. Was war das wirklich da für ein Geräusch? Das war crazy. Oh, der Riese. Ist es der Riese? Oh, der Riese. Oh, scheiße. Der ist aber wirklich crazy. Ich hatte volle Ausdauer. Ich hatte komplexe Ausdauer gehabt. Der Charger schafft dich zu. Ein, zwei Schläge. Du kannst nichts machen. Unsere Kamera ist auf diesen Rondeau. Ja, also eigentlich könnte man kriegen, glaube ich. Ja, ja, ja. Sie müssen es nur... Sie müssen es nur... Sie müssen einfach wieder raus. Oh. Oh mein Gott, irgendwas hat mich. Was war das? Ich bin tot. Das war der Riese, Julie. Jetzt hängt alles an, Dibi. Dibi, wirklich alles hängt an Dibi. Oh, Ben. Du musst da raus. Dibi, lauf. Dibi, geh weg von hier. Warte, ach so. Soll ich mir sagen, dass sie dieses Rundhoch rauf muss? Ja, erstmal müssen wir gucken, dass sie da hochkommt. Weil sie läuft, glaube ich, nur noch im Kreis. Obwohl, das sieht gut aus, oder? Nee. Kann es sein, dass auf der Map Sauerstoff viel schneller weg ist? Guck mal, sie hat auch noch unter die Hälfte. Vielleicht, wenn du sprintest, dass du weniger schneller hast? Das würde ich ein bisschen machen. Sollten wir sagen, diese Rampe da hoch? Also, diese... Ja, sagen wir gleich. Sie muss erstmal raus. Sie ist in einem anderen Eingang. Julie und Dibi sind, glaube ich, in einen anderen Eingang reingegangen. Schade, dass man seinen Sauerstoff nicht auffüllen kann. Oder kann man das vielleicht sogar? Ja, wir waren in einem anderen Eingang. Ja, das Sound-Ding in dem Spiel ist sau nervig. Weil es wirklich damit zu tun hat, wie nah jemand an dir dran steht. Und wenn jemand tot ist, sind alle ja genau ineinander. Oh, was ist das? Was ist das? Was? Der Schleim. Der Schleim. Ja, ja, der Schleim, der Schleim, der Schleim. Und noch... Nein, nein. Aber der macht nichts. Ja, aber so bringt der einen auch raus. Oh, du durchs Laser. Bring mich raus, bring mich raus, komm schon, bring mich raus. Lass mich einfach raus hier. Ich glaube, dass das gut, wenn sie durch die Tür geht und nach rechts geht. Nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Geh mal hinter dir links, wo du gerade warst. Jetzt links. Rechts. Ja, was jetzt? Du musst ein rechts hinter die Wand. Meinst du jetzt davor? Nee, nee, da. Da müsste irgendwo eine Treppe sein. Hier ist eine Sackgasse. Dann geh... Geh links und wieder links. Links und wieder links. Links und wieder links. Und dann wieder links. Links. Und wieder links. Tada. Ist es da nach oben? Oh, nice. Und da hoch. Da ist die Kamera. Eine Kamera. Auf dem Weg nach oben. Okay. Genau. Wenn es meine nicht durch die Gegend geschleudert hat. Weil ich bin halt... Ich weiß halt nicht, wo ich geschlafen bin. Der Riese kam halt. Der Riese kam halt hier unten. Hinter dir. Da musst du... Oh, shit. Oh, nein. Oh, direkt da der Riese. Der kämmt an der Kamera. Jetzt liegen... Liegen jetzt beim dritten Tag beide Kameras da? Ach, ich bin mir nicht so sicher. Ach, Mann. Der Riese ist aber auch zu brutal. Okay, lass mal schlafen gehen und versuchen beide Kameras zu holen. Wir riskieren es jetzt einfach. Ja, wir haben ja nichts zu verlieren, ne? Also... Außer die Klicks. Ah, Klicks, Klicks. Ah, ich lege mich aber jetzt schlafen. Das ist der letzte Tag. Wir sind so broke. 50 Dollar. Wir sind Brokey Mokey. Ja. Und wir sind nicht viral. Okay, Karte. Jetzt ist es jetzt hier. Ich glaube, eine Kamera müsste ja noch da sein. Eine Kamera... Wir riskieren es jetzt. Wir müssen da rein. Komm. Kann man die alten Kameras direkt ins Schiff legen oder die Spawnern? Das wissen wir ja nicht. Aber selbst wenn du eine alte Kamera im Schiff hast, bringt dir ja nichts. Du kannst dir nur einen Film abspielen. Du kannst mit der alten Kamera nicht mehr filmen. Zwei Messerstecher direkt. Zwei Messerstecher. Nichts wird uns erspart. Die wie läuft. Um Gottes Willen. Die Klicks müssen stimmen. Das habe ich noch nicht gesehen. Der war nicht schlecht. Eine Kamera liegt da schon. Okay, eine Kamera haben wir. Beide. Beide. Ich habe beide Camps. Ich bring die schon mal zurück zum Schiff und lege die da rein. Ich habe zwei Kameras gefunden. Beide Camps. Ich habe immer noch 40% Film auf einer. Aber die geht nicht mehr. Schade. Ne, kann man nicht filmen. Dann bringen wir die zurück. Ich bring die zurück. Wo sind die Messerstecher? Ich hoffe, der Run dauert jetzt auch nur 10 Minuten, dass es sich zeitlich genau ausgeht mit CTC, weil dann bin ich gut in der Zeit. Ich bin doch nicht verrückt. Hier ist doch gerade so ein kleines... Das sah aus wie so ein kleines Panzerkart. Hä? Die wie hier ist gar nichts. Ich schwöre, dass ich hier hingefahren bin. Hier hin ist. Hier ist ein Geistengeist. Hinter der Tochtglocke. Ja. Hier ist auch ein Geistengeist. Das war das nicht. Au! Au! Die wie hier ist nichts. Ich weiß, dass ich das gesehen habe. Ich weiß, dass ich das gesehen habe. Du musst die nicht glauben. Ich weiß es nicht. Nee, nee, ja, meine ist unten. Ich bin unten gestorben. Julie hat sie. Julie rennt. Was hat Julie vor? Willst du eine Nahaufnahme? Ey, sag dann, wie soll gehen? Wie soll gehen? Aber dann, ja. Ja. Divi, geh lieber und rennt in den letzten beiden Filmen. Ey, dieser Riese ist ja... Ich hatte die Kamera noch, aber der ist mir hinterher gerannt. Ist er jetzt reingegangen? Hallo, bist du reingegangen? Hinten ist ne Spinne, hinten ist ne Spinne, rechts hinten ist ne Spinne! Geh doch jetzt! Divi renn und flieg. Ja, ich flieg. Der Riese ist ja... Oh Gott, was ist das denn? Der Riese ist ja hart. Mach zu, mach zu. Oh, der war fast mit drin. Guck mal da, hier springt das an der Hand durch. Der Riese ist, ist ultra krass. Ärgerlich. Hey, wir dürfen nicht mal hochladen? Hä? Wir waren uninteresting. Aber, das ist ja Quatsch, oder? Ja, man sollte uns die Schau... Oh, weil wir die Main-Camera nicht haben. Ah, okay, ja. Könnte sein, weil wir die Haupt-Kamera nicht haben. Ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Weil wir die Main-Camera nicht haben, hat das Spiel gedacht, wir haben nix. Brech! Nein! Wie unfair! Ey, da unten war ich... Pass auf, ihr seid unten, ihr ruft so, da ist ein Riese und in der Zeit bin ich schon am Fallen. Also, ich bin von ganz oben runter gedrückt. Oh nein! Ich bin eben genau auf der Faust gelandet und wurde direkt weggeschlagen. Das hat aber... Discord. Leute, das hat aber sehr viel Spaß gemacht, wirklich. Ja, das war supergeil. Ja, das war supergeil. Buss, wir sind im Discord. Buss, wir sind im Discord.